Ja, wir wollen heute noch einmal wieder über den Durst der Seele sprechen. Es gibt ja einen körperlichen Durst. Wer den zu leiden hat und nichts zu trinken bekommt, der schmachtet und der leidet. Aber es gibt einen inneren Durst, einen Durst der Seele, der kann einem Menschen noch mehr zu schaffen machen. Ja, er ist am Ende verderblich und wohl dem, der zu trinken gefunden hat für seine Seele. Wenn jemand dürstet, so lautet die Andacht für den heutigen Montag. Dazu lesen wir aus Johannes 7, Vers 37. Aber am letzten Tag des Festes, der der Höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Es war der letzte Tag des Laubhüttenfestes, an dem Jesus diese Worte rief. An jedem Tag dieses sehr fröhlichen Wallfahrtsfestes gingen Priester zum Teich Silua hinab, füllten dort einen goldenen Krug mit Wasser und trugen ihn in feierlicher Prozession zum Tempel. Während das Volk jubelte und die Tempelmusik erklang, gossen sie dieses Wasser zugleich mit einer Kanne Wein in die vier silbernen Schalen am Altar. Und oben drüber stand das Jesaja-Wort, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Jesaja 12, Vers 3. Israel glaubte deshalb, den Heilsbrunnen zu besitzen und freute sich so sehr darüber, dass man sagte, wer die Freude des Wasserschöpfens nicht gesehen hat, hat niemals eine Freude gesehen. Vor diesem Hintergrund dieses Geschehens kommt aber nun Jesus und ruft, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Damit will er sagen, euer Fest des Wasserschöpfens ist schön und eure Prozessionen sind gut. Aber sie sind nur ein Abbild, ein Symbol auf den wahren Heilsbrunnen, der noch kommen wird. Nämlich auf ihn selbst, auf Jesus Christus. Wer auch immer an dem beeindruckenden Ritual des Wasserschöpfens teilnahm, konnte dadurch kein wirkliches Heil erlangen. Denn den wahren Durst der Seele kann keine religiöse Zeremonie stillen. Dazu muss sie aus der wahren Heilsquelle trinken, die weder ein Teich noch ein goldener Krug ist, sondern eine Person. Jesus allein ist die Quelle des Lebens. Nur er gibt Wasser, das bis ins ewige Leben quillt, wie er selbst in Johannes 4, Vers 14 gesagt hat. Das lehrt uns, liebe Freunde, dass gottesdienstliche Formen, Liturgien, sakrale Handlungen, religiöse Bräuche, Sitten und Traditionen keinerlei Heilsbedeutung haben. Sie haben höchstens Symbolkraft und sind möglicherweise auch schön anzusehen. Aber sie machen keinen Menschen selig. Die Errettung deiner Seele kommt aus einer anderen Quelle. Sie kommt allein von Jesus Christus. Trinke darum täglich aus ihm, aus seinem Erlösungswerk, aus seinem Wort, aus seinem Evangelium. Ja, trinke Vergebung, trinke Heil und ewiges Leben von Jesus. Pflege eine persönliche Beziehung des Glaubens und des Vertrauens zu ihm. Und der Durst deiner Seele wird wirklich gestillt. Ein altes Lied, ein Evangeliumslied, drückt es so treffend aus. Oh, wenn dich dürstet komme, trink von der Lebensflut, wo du auch sonst getrunken hast. Nichts stillte des Durstes Glut. Komm nur zur Quelle. Sie fließt dir zu gut. Komm, trink nur. So gibt dir Jesus Kraft und Glaubensmut. Komm zu Jesus und trinke von ihm. Er wird den Durst, den schmachtenden, quälenden Durst deiner Seele für immer stillen. Gott segne dich. Gott segne euch alle. Und ich freue mich, dass wir uns in einer Woche wiedersehen und auch wieder hören können. Gelobt sei der Herr. Tschüss. Musik Musik Musik